Dieses EBSOMO Lifetime Deals Video solltest du dir in jedem Fall ansehen und der Grund dafür ist, in diesem Video zeige ich dir viele extrem geniale KI-Tools und nicht nur Spielereien, sondern Tools, die du produktiv in deinem Business nutzen kannst. Natürlich mit Lifetime Deal, also einmal bezahlen und für immer nutzen. Du findest alle Tools unter dem Video in der Beschreibung. Insgesamt möchte ich dir fünf Tools bzw. Lifetime Deals präsentieren. Drei davon sind KI-Tools, richtig geniale Tools. Für alle, die neu sind auf diesem Kanal, auf EBSOMO gibt es immer wieder Deals und Tools, die man stark vergünstigt kaufen kann, in der Regel mit einem Lifetime Deal kaufen kann für Tools, für die man ansonsten monatlich bezahlen müsste. Ich schoppe auch jedes Monat auf EBSOMO und stelle jedes Monat die besten Deals hier auf diesem YouTube-Kanal vor. Am Ende des Videos zeige ich dir natürlich auch, wie ich diesen Roboter-Robert erstellt habe. Viel Spaß! Wie gesagt, du findest alle Tools verlinkt in der Videobeschreibung, also unter diesem Video und ich würde sagen, starten wir los mit Deal Nummer 1. Deal Nummer 1 und das ist echt schon das erste kleine Highlight aus diesem Video, das ist Dr. Lambda. Dr. Lambda ist ein Tool, mit dem du Präsentationen mit KI erstellen kannst. Es ist somit eine Alternative zu dem relativ bekannten Tool, ich glaube, Tome heißt das. Und ich habe schon verschiedene Tools ausprobiert, um Präsentationen zu erstellen. Dr. Lambda habe ich gekauft und es hat mich sofort überzeugt. So sieht dieses Tool von innen aus. Fast ein bisschen zurückhaltend, aber das gefällt mir sehr gut. Du kannst im Grunde zwei Dinge machen mit Dr. Lambda. Du kannst entweder eine Präsentation erstellen oder du kannst aus bestehenden Inhalten von dir auch Social Posts erstellen. Social Posts hat mich jetzt weniger interessiert, da zeige ich dir noch was anderes in diesem Video, sondern vor allem das Erstellen von Präsentationen mit künstlicher Intelligenz. Wenn du da drauf gehst, also es ist derzeit noch ein bisschen von den Möglichkeiten her, ist es teilweise noch ein bisschen eingeschränkt, aber dafür das, was es macht, macht es richtig gut. Sagen wir mal, ich möchte eine Präsentation machen. Ich brauche eine Präsentation, eine PowerPoint-Präsentation etc. zum Beispiel für ein Webinar, das ich halten möchte. Ich halte ein Business-Webinar, deswegen klicke ich hier auf Business und dann könnte ich hier sagen From Topic oder From Files. Ich nehme jetzt mal From Topic und dann siehst du gleich hier mal die Einstellungsmöglichkeiten. Da kann ich jetzt sagen, ja, ich möchte einfach Affiliate-Marketing für Anfänger. Sprache wähle ich natürlich Deutsch und ich sage mal, er soll hier selbstständig im Internet noch neue Quellen recherchieren. Also das ist auch ziemlich genial. Das Tool basiert nicht nur auf GPT-4, also ich schalte hier oben um auf GPT-4, sondern mit dem Tool hast du auch eine Internetverbindung und du kannst auch, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast irgendwas, du möchtest deine Präsentation basierend machen auf einem YouTube-Video, auf einem Blogartikel, auf einer Webseite, dann kannst du das hier unten eingeben und er zieht sich hauptsächlich die Informationen da raus. Also eine richtig geniale Sache. Ich lasse das jetzt mal frei und sage einfach Write Outline und dann erstellt er dir sozusagen das Outline. Das hat er mir jetzt erstellt. Wie gesagt, er hat hier recherchiert noch im Internet und bedient sich der GPT-4-Technologie. Könnte es natürlich alles anpassen. Jetzt fürs Video mache ich das nicht. Ich möchte natürlich nur das Tool präsentieren. Dann kannst du natürlich ganz viele verschiedene Vorlagen sozusagen auswählen. Helle, dunkle Vorlagen. Nehme jetzt einfach mal Business Dark und sag hier, ich möchte eher mehr Bilder haben und man könnte auch sagen weniger Bilder und so weiter. Dann könnte man hier sagen Stockbilder, dass er dir automatisch Stockbilder raussucht. Dann könntest du hier noch dein Logo einfügen und auch einen speziellen Hintergrund könntest du einfügen. Dann sage ich jetzt Nein und dann gehen wir weiter und dann erstellt er dir die Slides basierend auf den Outline, basierend auf den Einstellungen, die du da gemacht hast. Und er fügt eben natürlich noch Texte zu den Outline hinzu und fügt die Bilder hinzu und anschließend können wir das dann auch alles weiter bearbeiten. Das wäre jetzt mal das, was er erstellt hätte. Wir können da natürlich durchklicken. Du siehst hier auch, die Bilder sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, du kannst natürlich alles, brauchst nur reinklicken, kannst den Text ändern, kannst reinklicken, kannst das Bild ändern, kannst hier einfach einmal sozusagen draufklicken. Und was ich auch so genial finde, ist hier rechts unten in der Ecke ist der AI-Assistent. Den kann ich alles mögliche sagen. Den kann ich einfach sagen, zum Beispiel füge mir ein Bild von einer Kuh ein. Sage ich ihm jetzt einfach mal. Dann sucht er mir hier Bilder raus und die kann ich dann einfach da reinziehen und dann habe ich hier ein Bild von einer Kuh. Wenn ich hier sage, den Text umschreiben, blablabla, also du weißt, wie es funktioniert. Du hast hier einen KI-Assistenten, der dir dann noch dabei hilft, diese Präsentationen wirklich schnell anzupassen. Danach kannst du diese Präsentation selbstverständlich exportieren, also als PDF mit mittelmäßiger Qualität, mit hoher Qualität oder als PowerPoint-Präsentation. In Zukunft kommt dann auch noch Video dazu. Du kannst es dann auch noch irgendwie als Video exportieren, beziehungsweise stehen da noch mehrere Features auf der Roadmap. Also ich weiß nicht, ob das sogar ein bisschen mehr in die Richtung KI-Videogenerierung auch gehen wird. Ist mir aber eigentlich egal, denn mich interessiert wirklich diese Kernfunktionalität, dass man hier Präsentationen erstellen kann. Und das ist halt für viele Leute sinnvoll, nicht nur für mich. Ich halte ja öfter mal auch Vorträge, Webinare etc. Da ist das natürlich sinnvoll. Ich kann mir auch mal eine Präsentation erstellen lassen, die ich dann als Hintergrund für ein YouTube-Video zum Beispiel verwende. Aber auch wenn du, ja für Lehrer oder so wäre das interessant oder generell für Leute, die was vortragen oder wenn du in einer Firma was vortragen musst und so weiter. Sehr, sehr viele Menschen müssen regelmäßig was vortragen. Dafür ist Dr. Lambda perfekt geeignet. Und auch der Deal ist richtig gut. Ich habe mir hier diesen zweiten Deal geholt. Da bekommt man halt gewisse AI-Credits und wie viele Bilder das da generiert werden können. Aber was mich vor allem interessiert ist, hier in diesem zweiten Plan, da kannst du auch deinen eigenen OpenAI-Key sozusagen integrieren und kannst dann mehr oder weniger unendlich viele Präsentationen generieren. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob das GPT-4 auch hier im ersten Plan schon integriert ist. Da müsste ich kurz nachlesen. Hier steht nur Connect to GPT-3.5 und GPT-4. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viele Credits verbraucht werden, weil wenn ich hier jetzt bei mir reinschaue, dann sehe ich, dass ich immer noch 2.560 Credits habe. Und das ist jetzt, glaube ich, die dritte Präsentation, die ich erstelle. Normalerweise ist das Maximum überhaupt 2.500. Vielleicht wird das erst beim Download abgezogen. Also ich klicke hier mal auf PDF Download. Ja, jetzt hat das mir heruntergeladen. Jetzt habe ich 2.540 Credits. Also es werden auch gar nicht viele Credits verbraucht. Sei es wie es sei, Dr. Lambda kann ich definitiv empfehlen. Einfach in der Bedienung, macht was es soll und macht das, was es soll, richtig, richtig gut. Der Deal ist unter dem Video verlinkt. Der nächste Deal, den ich im Schnelldurchgang vorstellen möchte, das ist Feedspace. Feedspace ist eigentlich schon länger auf AppSumo, aber ich hatte es einfach übersehen. Das ist kein KI-Tool, aber das ist ein Tool, das für alle interessant ist, die Dienstleistungen anbieten, für alle interessant ist, die Produkte verkaufen, die Coachings anbieten und so weiter. Was ist Feedspace? Feedspace ist ein Tool, mit dem du Testimonials, also Bewertungen von Benutzern einsammeln kannst und auch das kombinieren kannst mit Bewertungen, die es vielleicht online von dir schon gibt. Zum Beispiel deine Google My Business Bewertungen, das kannst du dann kombinieren mit zum Beispiel Video Bewertungen, die du einsammelst. Im Grunde funktioniert das so, also schauen wir mal kurz rein in meinen Account. Hier bin ich jetzt in meinem Account, beziehungsweise schauen wir doch eher auf die Webseite, weil da wird es nämlich schon gut demonstriert. Du kannst hier einfach sozusagen einen Link erstellen. Da kannst du einen Text reinschreiben, da ist ein Button drin und wenn der dann da drauf klickt, dann öffnet sich so ein Feature, wo er sich selber mit der Kamera aufnehmen kann. Das funktioniert am Smartphone oder am Computer und dann kann er dir zum Beispiel ein Testimonial hinterlassen. Und sobald er dir ein Video-Testimonial hinterlässt, dann wird dieses Testimonial in deinen Account sozusagen reingeschickt, das Video. Du kannst auch noch so eine Freigabe machen, dass derjenige zustimmen muss, dass du das Video veröffentlichen darfst auf deiner Webseite. Und du kannst dann so eine sogenannte Wall of Love sozusagen einbinden. Das wird dann so aussehen und wie gesagt gemischt. Also du kannst jetzt hier nicht nur Video-Testimonials einsammeln, sondern du kannst auch Text-Testimonials einsammeln. Du kannst auch reine Audio-Testimonials einsammeln und wie gesagt, auch von deinem Google My Business Profil etc. oder von anderen Profilen, die du hast, kannst du hier Testimonials sozusagen einsammeln. Und das kombiniert in einer Wall of Love in deine Webseite einbinden, zum Beispiel bei einer Dienstleistung, die du anbietest oder bei einem Produkt, den du verkaufst und so weiter. Also das ist ein ganz interessantes Tool. Ich habe es mir gekauft, weil ich es in Zukunft nutzen möchte, um Video-Bewertungen für meine WordPress SEO Masterclass einzusammeln. Also von zufriedenen Nutzern. Und das kann ich dann eben auf der Landingpage auf der Verkaufsseite präsentieren. Das nächste Tool, das ich dir zeigen möchte, ist Marquee. Marquee ist ein KI-Tool wieder und zwar ein Social Media KI-Tool. Das ist ein Tool eigentlich, wie gesagt, für mich. Ich habe es mir jetzt tatsächlich gekauft, weil ich es gut finde. Ich habe es erst ausprobiert, dann habe ich es gekauft. Ich selber betreibe ja keine Social Media Accounts. Ich habe meinen YouTube-Kanal, ich habe meinen Blog. Damit generiere ich massenhaft Traffic, aber ich betreibe keinen Business Instagram Account und so weiter. Aber wenn ich in Zukunft vorhabe, einen aufzubauen, dann weiß ich schon, welches Tool ich dafür nutze. Und zwar Marquee, denn das Tool ist ziemlich genial. Ich zeige es dir auch gleich von innen. Das funktioniert nämlich so, dass du einfach deine Business-Informationen hinterlegst. Beziehungsweise kannst du einfach gleich nur die URL deiner Webseite eingeben. Dann werden die Inhalte sozusagen gescraped. Und dann wird alles für die KI vorbereitet, damit die KI weiß, was sie produzieren soll. Dann kannst du das natürlich verknüpfen oder auch noch nicht verknüpfen mit deinen Social Media Accounts. Und die KI erstellt dir dann selbstständig Posts aus diesen Informationen, die hinterlegt wurden oder die du automatisch hinterlegt hast. Ich habe das mal nur schnell getestet. Also da hat die KI eben hier solche Posts für mich erstellt. So würde das mal aussehen, so ein Post. Zum Beispiel drei Gründe, warum du nicht das volle Potenzial von KI für deine kreativen Unternehmen nutzt. Und dann Punkt 1, du kennst die Tools nicht. Punkt 2, Unsicherheit beim Einsatz von KI. Punkt 3, fehlende Strategie für KI-Integration. KI kann ein Game Changer sein. Bla, bla, bla. Und dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Und bla, 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 bla. Also er würde mir lauter solche Posts vorproduzieren. Du kannst natürlich deine Branding-Farben eingeben. Dein Logo hochladen. Dann wird das automatisch eingebaut. Dann kannst du deine Social Media Posts miteinander verknüpfen. Kannst jederzeit mehr Posts mit KI generieren. Also du brauchst da nur draufklicken. Dann generiert er dir weitere Posts. Und du kannst natürlich auch basierend auf einzelnen Blog-Beiträgen Posts erstellen. Basierend auf einzelnen YouTube-Videos, dass er dir automatisch daraus sozusagen Posts erstellt. Und wenn er dir diese Posts erstellt, kannst du das natürlich auch alles bearbeiten. Du kannst hier mit einem Klick das Bild ändern, Text ändern. Kannst es umschreiben. Hier die Hashtags. Du kannst auch eingeben, welche Hashtags immer automatisch hinzugefügt werden sollen und so weiter. Also ein richtig geniales Tool. Und dann kannst du noch so eine, genau, kannst ein Bild von dir auch hochladen. Dann macht er dir auch solche Posts. Hast natürlich so Design-Vorlagen, die du vorher einstellen kannst. Also hast sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Und dann kannst du so ein Auto-Posting machen, das sagt, okay, erstelle diese Posts. Du gibst einfach nur noch frei, was gepostet werden soll oder nicht. Also kannst schnell löschen oder sagen, ja, das passt. Und dann kannst du sagen, okay, ein Post pro Tag soll da und da gepostet werden. Oder zwei Posts pro Tag sollen da und da gepostet werden. Also ein ziemlich, ziemlich geniales Tool, um in keiner Zeit oder in ganz geringer Zeit wirklich massenhaft Social-Media-Posts zu erstellen. Ich bin ja gar nicht so der größte Freund von Social-Media-Marketing. Mir ist es ein bisschen zu oberflächlich. Ich kann in Social-Media nicht so viel Information weitergeben, wie ich das gerne möchte. Deswegen ist eben Blogging und YouTube einfach das Medium für mich. Aber wenn ich schon mal was mit Social-Media machen werde und mir da vielleicht einen Account aufbauen werde, dann werde ich so wenig Zeit wie möglich darin investieren. Und dafür ist eben so ein Tool richtig genial. Hier bei den Socials siehst du, welche Social-Media-Accounts verknüpft werden können. Also Google My Business ist gerade in Entwicklung, Pinterest ebenfalls. Aber du kannst eben auf TikTok, Instagram, TikTok, LinkedIn kannst du auch, Facebook-Page etc. Und wenn wir uns hier den Deal ansehen, ich habe mir mal Tier 2 gesichert. Da kannst du bis zu sechs verschiedene Brands machen. Unlimitiert viele Posts, Schedulen, also zeitgesteuert freigeben. Und du kannst 3000 Posts pro Monat generieren. Ich hatte mir das eben geholt, vor allem wegen diesen unlimitiert vielen. Weil bei dem anderen kannst du nur einen Post pro Tag sozusagen posten. Und wenn ich mal irgendwann ein Experiment mache mit KI, ob man da schnell so einen Social-Media-Account aufbauen kann und so weiter. Wenn ich da mal ein Experiment durchführen werde, weil auf diesem YouTube-Kanal jetzt immer wieder auch so ein bisschen KI-Experimente geben. Das habe ich auch ein bisschen geplant. Da haben wir gedacht, dann ist es super, wenn ich dann natürlich mehrere Posts pro Tag erstellen kann. Deswegen habe ich mir das hier geholt. Es gibt aber auch noch ein License-Tier 3, wo du eben unlimitiert viel, glaube ich, pro Monat erstellen kannst. Und das mit bis zu 25 Brands. Also ich glaube, das ist auch vor allem für die, die Social-Media-Marketing als Dienstleistung anbieten, könnte das ganz interessant sein. Link zu Markey und natürlich zu allen anderen Tools unter dem Video. Das nächste Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist kein KI-Tool. Das ist ein Automatisierungstool und zwar Albato. Albato kannte ich schon. Das war auch schon mal auf AppSumo. Das ist eine Alternative zu Zapier. Das heißt, du kannst damit verschiedene Applikationen miteinander verknüpfen und kannst dann Automatisierungsworkflows bauen. Das heißt, du setzt immer einen Trigger. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, dann wird dieser Workflow ausgelöst und dann werden die Daten von dieser App zu dieser App zum Beispiel übertragen. Zum Beispiel, wenn jemand irgendwie ein Kontaktformular ausfüllt und das abschickt, werden diese Daten automatisch in ein CRM-System übertragen. Und Albato ist der einzige Deal in diesem Video, den ich selber tatsächlich nicht gekauft habe. Der Grund dafür ist nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern einfach, und ich habe das auf meinem YouTube-Kanal schon in Form eines Videos vorgestellt, das verlinke ich dir unter dem Video, weil ich eben mir schon verschiedene Automatisierungsworkflows mit Public Connect erstellt habe. Für Public Connect gibt es ebenfalls einen Lifetime-Deal. Der beginnt aber erst ab 249 US-Dollar. Und Albato, dort kannst du dir um 69 US-Dollar jetzt einen Lifetime-Deal sichern. Über 500 Apps gibt es, die da verknüpft werden können. Und hier auch bei 139 US-Dollar bekommst du auch bereits 45.000 Operations pro Monat und kannst unlimitiert viele Automatisierungen erstellen. Und jede Minute wird überprüft, ob sozusagen ein Trigger ausgelöst wurde. Also ich kann, also wenn ich mir das kaufen würde, würde ich Leistungstier 2 kaufen. Außer wenn ich ganz viel brauche, dann Leistungstier 3. Wichtig, das möchte ich an der Stelle noch dazu sagen, bevor du dir Albato kaufst oder bevor du dir Public Connect kaufst oder selbst bevor du dir bei Zapier hier eine monatliche Subscription kaufen würdest, schau bei diesen Tools immer, geh auf Apps und dann schau mal, ob diese Apps dabei sind, die du verwendest. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kannst da suchen, ich gebe da einfach mal ein Google, dann siehst du natürlich alle Google Apps. Da könnte ich jetzt sagen, Google Kalender oder Google My Business, Google Meet und so weiter. Und dann kannst du das mit irgendeinem Formular zum Beispiel verbinden, zum Beispiel Typeform. Dann könntest du sagen, ja Typeform, wenn jemand das Formular ausfüllt, das wäre dann der Trigger sozusagen. Und dann soll diese Aktion sozusagen passieren, dass zum Beispiel das dann in einen Google Kalender eingetragen wird, gleichzeitig ein Google Meet Event erstellt wird und so weiter. Also ich glaube, du weißt, ich glaube, du verstehst das Prinzip dahinter. Also du kannst verschiedene Apps miteinander verknüpfen, Workflows, Automatisierungen bauen. Wie gesagt, ich verlinke dir auch gerne meinen Testbericht inklusive Video zu Publi unter diesem Video. Publi Connect hat halt den Vorteil, dass es da noch mehr Verbindungen gibt. Also ich glaube, 1000 oder 2000 Apps sogar, also deutlich mehr noch wie Albato. Allerdings ist der Lifetime-Deal kostet eben mehr. Aber wie gesagt, alle Deals und Tools findest du unter dem Video. So, last but not least kommen wir zum Roboter Robert, den ich dir gezeigt habe am Anfang des Videos. Den habe ich animiert mit Puppetry. Puppetry ist ein KI-Tool, mit dem du Talking-Fotos erstellen kannst. Also keine richtigen Video-Avatare, denn das, was du da von mir gesehen hast, war ja auch kein richtiger Video-Avatar von mir, sondern einfach nur ein Talking-Foto. Das heißt, jeder erkennt, dass es natürlich nicht real ist. Es ist auch nicht der Sinn und Zweck von diesem Tool oder das möchte das Tool auch gar nicht, dass du jetzt irgendwie so real wirkende Videos erstellst, sondern einfach diese Talking-Foto-Videos. Die sind derzeit auch, ich denke, auf TikTok etc. sehr beliebt. Es gibt auch nur einen günstigen Deal, also nur einen Tier. Der Plan 1, der kostet 49 US-Dollar, den habe ich mir gekauft. Und dann gibt es einfach keine Limits. Du kannst so viele Talking-Foto-Videos sozusagen machen, wie du möchtest. Du kannst in der App selber auch quasi Gesichter generieren. Also ich kann jetzt hier mal reingehen. Hier siehst du auch schon den Roboter Robert. Ich zeige dir aber dann noch genauer, wie ich den gemacht habe. Aber wie gesagt, Image-Generator. Ich könnte hier auch mit der KI neue Bilder erstellen. Oder ich könnte hier direkt eben so ein fiktives Bild sozusagen erstellen und das dann animieren. Wenn ich dann auf Make a Video klicke, dann könnte ich hier entweder Animate with Text. Das heißt, ich kann hier einen Text eingeben. Ich könnte hier Animate with Audio. Das heißt, ich könnte eine Audio-Datei hochladen. Das heißt, ich könnte wirklich das mit meiner Stimme auch sozusagen das Talking-Foto erstellen. Und ich kann natürlich eben, wie gesagt, auch ein Foto hochladen. Dann klickst du hier drauf. Dann kannst du ein Foto von dir oder von irgendjemandem hochladen und kannst das dann animieren, dass derjenige dann eben spricht. Hier ist auch noch eine Chat-GPT-Integration mit GPT-4. Damit kannst du Texte erstellen lassen, denke ich mal, für dein Talking-Foto. Das habe ich noch gar nicht genutzt. Ob das Tool jetzt sinnvoll ist, also im Vergleich zu den anderen Tools, das ich vorgestellt habe, ist das wahrscheinlich das Tool, das man am wenigsten im Business-Case einsetzen kann. Außer du hast vor, wirklich solche witzigen Videos zu erstellen. Ist halt eher, für mich ist es eher ein Spaß-Tool. Wie ich diesen Avatar von mir selber hier erstellt habe, möchte ich noch kurz zeigen. Und zwar mit einem anderen Tool, mit Supermaschinen, das ich schon tausendmal auf diesem YouTube-Kanal vorgestellt habe. Das auch immer so ein bisschen konträr diskutiert wird. Also Supermaschinen ist ein KI-Bildgenerator mit verschiedenen Funktionen. In diesem Fall mit FaceSwap. Es gibt auch einen Lifetime-Deal nach wie vor auf AppSumo. Found Supermaschinen, den gibt es schon ewig. Also ich habe mir Supermaschinen, glaube ich, vor einem Jahr gekauft oder vor eineinhalb Jahren. Ich verlinke dir auch den Lifetime-Deal zu Supermaschinen unter dem Video. Und auch meinen Supermaschinen-Testbericht inklusive Test-Video. Da zeige ich auch ein paar Bilder, die ich generiert habe. Da siehst du, was das Tool so kann. Also Supermaschinen verlinke ich dir ebenfalls unter dem Video. Jedenfalls habe ich das so gemacht. Ich habe hier ein Foto, oder das war gar kein Foto, das war ein Screenshot von der Videoaufnahme von mir sozusagen hochgeladen. Und ich habe mir vorher mit Supermaschinen sozusagen einen Halb-Roboter, also so einen Cyborg erstellt. Oder so einen Typ aus der Zukunft mit Roboteranzug habe ich mir erstellt. Und dann kannst du hier die Funktion FaceSwap nutzen. Und dann habe ich hier quasi mein Gesicht hier rüber transferiert. Und das Ergebnis war dann eben das hier. Das habe ich dann hier runtergeladen, beziehungsweise hast du hier auch die Funktion Remove Background. Das heißt, du kannst dann den Hintergrund entfernen, habe es dann runtergeladen. Das habe ich dann hier bei Puppetry hochgeladen und dann einfach mit dem eingegebenen Text animiert. Ich denke, an der Stelle gibt es jetzt wirklich nur noch eine Sache zu sagen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und jetzt kannst du dir noch meinen KI-generierten Rocksong anhören, den ich immer am Ende von meinen YouTube-Videos einfüge. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.